Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute gerne noch eine Stereoanlage zeigen und zwar ist das hier eine vom Hersteller One Concept. Genauer gesagt ist das das Modell Vertical 90, falls ihr da mit dem Internet mal suchen möchtet. Das ist das ganze Gerät hier. Es ist gut verarbeitet auf jeden Fall, kann ich auch schon mal sagen. Ich finde auch von der Form her stylisch. Und hat ein paar nette Futures, die ich euch gerne zeigen möchte. Fangen wir vielleicht mit dem Lieferumfang an. Ihr habt hier natürlich eine Bedienungsanleitung. Die ist natürlich auch auf Deutsch. Dann haben wir hier eine schicke Fernbedienung in weiß gehalten. Batterie ist hier auch schon eingelegt. Und ja, ihr könnt hiermit alles mögliche bedienen an dem Radio. Wir haben hier ein CD-Player drin verbaut. Dann haben wir hier ein USB-Slot, USB-Port und ein SD-Karten-Slot. Des Weiteren habt ihr einen AUX-Anschluss und einen Kopfhörer-Anschluss. Die befinden sich auf der Rückseite, das zeige ich euch alles aber noch. Dann habt ihr hier natürlich zwei Lautsprecher. Das sind sie. Hoppala, jetzt habe ich auch aus Versehen das Radio angemacht. Hoppala, das machen wir mal leise hier. So, da habt ihr jetzt hier schon ein nettes Future gesehen. Und zwar habt ihr hier eine Beleuchtung hier drin. Ich finde, es schaut richtig stylisch aus. Gehen wir mal wieder zum Lautsprecher. Diese lassen sich aufhängen oder so hinstellen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Beim anderen ist das genauso. Dann schauen wir uns mal hier kurz die Bedienelemente hier unten an. Ihr habt hier natürlich den Ein- und Ausschalter Standby. Dann haben wir hier die Funktionsschalter, wo ihr zwischen den einzelnen Anschlussmöglichkeiten, Verbindungsmöglichkeiten hinunterwechseln könnt. Dann haben wir hier Play-Mode und Programm-Mode. Lautstärke Plus Minus. Hier haben wir den Infrarot-Sensor für die Fernbedienung. Hier haben wir das gut beleuchtete Display. Ist auch gut abzulesen. Gefällt mir diesmal ganz gut. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, um ein Lid vor oder zurück zu spulen. Und hier seht ihr auch schon das Band für das Autoradio. Play, Pause und Open, Close. Das machen wir jetzt auch mal. Wir öffnen mal hier das Fach. So. Geht ziemlich schnell hoch. Das gefällt mir. Das ist hier der CD-Player. Hier könnt ihr MP3s hören. Also ihr könnt die CDs, die ihr aufgenommen habt, hier drin reinmachen. Dann haben wir hier den versprochenen USB-Port auf der rechten Seite. Und links den SD-Kartenslot. Und wie ihr seht, da ist es hier auch schön beleuchtet. Mit einer LED-Beleuchtung. Und das Ganze kann man hier auch wieder schließen. Das mache ich jetzt einfach hier bei Fernbedienung. Und hört mal hin, das ist nicht laut. So, das war es auch schon. So, jetzt ist das Gerät hier auch schon zu. Ich würde sagen, ich drehe das Gerät jetzt hier einfach mal langsam um. So. Den Autanschluss mache ich mal weg. Den brauche ich jetzt nicht. Dann entferne ich das hier auch noch ganz kurz. So, dann sieht es alles besser. Hier haben wir dann hier die Cinch-Anschlüsse. Für die beiden Lautsprecher haben wir links und rechts. Dann haben wir hier einmal den Augs-Anschluss und den Kopfhörer-Anschluss. Neben dran das Netzteil. Und hier die sogenannte Wurfantenne für das Radio. Der Empfang ist gut. Man sollte ihn aber dann schon näher am Fenster oder so hinstellen. Bei mir schwankt der Empfang immer ein bisschen. Also, ich höre sowieso auch über den Augs-Anschluss. Und wenn das Gerät zum Beispiel einen Bluetooth integriert hat, höre ich es über Bluetooth natürlich. Aber ich habe auch solche Bluetooth-Empfänger. Die nutze ich auch ab und zu mal. Ja, das Gerät selber. Das könnt ihr hier hoch aufhängen, wie ihr hier sehen könnt. Und, oder aufstellen. Dieses hier zum Aufstellen, das stützt das Radio, sonst würde es umkippen. Das ist aber hier unten drinnen. Hier. Und dann ist es zu wackelig und es könnte umkippen. Aber das ist, wenn ihr das dann an die Wand montiert, dann müsst ihr das einklappen. Ausklappen, falls ihr es doch nicht an die Wand machen möchtet. Sondern, so wie ich jetzt hier bei dem Beispiel das so hingestellt habe. Vom Lautsprecher her. Ihr könnt hier einen Bass zuschalten. Der ist in Ordnung für die kleinen Lautsprecher hier. Hier unten seht ihr es. Moment. So. Dann habt ihr auch einen Equalizer. Da könnt ihr zwischen Rock, Pop, Jazz, Classic und so weiter herumschalten. Und für euch das Beste heraussuchen. Dann habt ihr hier den Lautstärke-Tasten hier. Und alles weitere auch hier. Wenn ihr den USB-Stick anschließt, dann könnt ihr hier auch zwischen den einzelnen Ordnern hin und her wechseln. Und dann eure Musik. Vielleicht habt ihr die in verschiedenen Geräts, sag ich mal, unterteilt in Ordnung. Und dann könnt ihr da hin und her wechseln. Und sonst auch weitere Funktionen hier oben. Wie gesagt. Könnt ihr hin und her wechseln. Was haben wir noch? Und zwar habt ihr natürlich auch noch eine Uhrzeitanzeige. Und könnt sogar einen Wecker stellen. Und auch auswählen, mit was ihr denn geweckt werden möchtet. Das funktioniert auch. Das müsst ihr aber dazu die Fernbedienung nutzen, um das alles einzustellen. Auch die Uhrzeit. Und das ist eigentlich auch alles gut hier beschrieben in der Bedienungsanleitung, die hier auf Deutsch ist. Alles verständlich, so wie das auch sein muss. Und ja, da findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Das war's jetzt von meiner Seite her. Ich bin zufrieden mit den Lautsprechern und mit der kompletten Anlage. Mir gefällt die, wie gesagt, weil die stylisch ist. Und mir gefällt auch diese Beleuchtung hier drin. Schade, dass wir hier jetzt nicht Bluetooth mit an Bord haben. Ich kann hier nochmal durchschalten. Damit ihr seht, haben wir hier AUX, USB, SD-Karte, CD und den Radio. Und danach sind wir wieder hier bei Line-In, also AUX-Anschluss. Bluetooth fehlt, schade eigentlich. Hätte hier noch mit reingepasst. Wäre für mich dann die beste Lösung gewesen. Weil, wie gesagt, Radio brauche ich selber jetzt unbedingt nicht. Aber ist trotzdem ein gutes Gerät. Gefällt mir auch für den Preis. Ich finde es auch nicht viel zu teuer. Ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen hier. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.